Das Hotel Oberhoich im Norden, einer der besten Hotels, eines der besten Hotels auf Lombok. Da gibt es auch auf Bali so ein Oberhoich. Ich gehe langsam jetzt über Lobby und hole die Gäste dort ab. Das ist eine Shopping-Archete, wo man auch schon ein bisschen einkaufen kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ein Arroz. 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 Das ist ein Arroz.